Hattest du schon einmal eine Idee, die das Leben einfacher, leichter oder besser gestalten kann? Dann mach was draus. Ich bin Frieda Gründer und ich komme aus Leipzig und habe ein kleines Business, das nennt sich Design of Tomorrow. Ich bin Emma. Ich bin Johann. Ich bin Luise. Ich bin Johanna. Und wir sind Ganze Pflanze. Die jungen Leute wollen zwischen 16 und 25 laut einer Umfrage ihre Ideen in die Praxis umsetzen, verwirklichen, die haben Bock, die wollen was machen und wissen aber einfach nicht, wie. In Sachsen begleitet dich Future Sachs mit NextGen und einem starken Netzwerk aus Unternehmen und Partnern der Region, auf deinem Weg unternehmerisch zu denken und zu handeln. Seit Beginn an hat uns Future Sachs immer sehr unterstützt und unter die Arme gegriffen. Konkret lernst du in interaktiven Workshops mit anderen Jugendlichen, wie du am besten vorgehst und was du für eine Geschäftsidee alles brauchst. Die Jugendlichen sollen natürlich einen Einblick bekommen, was es heißt, Unternehmerin zu sein, mal Abläufe kennenzulernen. Also ich hätte mich damals gefreut, hätte mir damals mal erzählt, wie ich mein Produkt herstellen lassen kann, welche Kosten auf mich warten. Von Online-Events wie Innovation Konkret bis zur Future Sachs Innovation School mit Akteurin der sächsischen Start-up-Szene und Unternehmerwelt. Gewerbeanmeldung, Steuern, Finanzamt, Berufsgenossenschaft, Fördermittel und so weiter und so fort. Das wichtigste Werkzeug, was mir angegeben wurde, ist Pitchen. Ich bin Lukas Haas, Mitgründer von dem Start-up Mixen. Wir ermöglichen es, Künstlerinnen und Künstler ihr Hobby zum Beruf zu machen. Egal, ob du gerade anfängst, dich als Schülerfirma ausprobierst oder bereits an deinem eigenen Business arbeitest. Wer gründen will, braucht Power, Ehrgeiz und Menschen, die Potenziale heben. Das Netzwerk, was dadurch entsteht, was man als Schüler hier bekommen kann, die Kontakte, dann kann auch eine Geschäftsidee schneller reifen, als man denkt. Besuche Networking-Events, die ganz bewusst unterschiedliche Zielgruppen zusammenbringen. Vitamin B ist natürlich sehr, sehr cool. Deswegen versuchen wir natürlich so viele, viele Kontakte wie möglich aufzubauen. Im Next-Gen-Support-Netzwerk mit mehr als 20 Institutionen und Organisationen, aber auch vielen sächsischen und überregionalen Ansprechpersonen laufen alle Fäden für dich zusammen. Future Sachs wird zu deinem Game Changer mit über 10.000 Kontakten zu Unternehmen, Wissenschaft und Kapital. Das Gründer-Ökosystem in Sachsen ist so eine enge Vernetzung von ganz unterschiedlichen Partnern, die gemeinsam daran arbeiten, das Ziel zu erreichen. Fang in Sachsen an und starte bundesweit durch. Dein Weg an die Spitze baut auf ein starkes Fundament. Ich habe gemerkt, dass das auch ein totales Selbstbewusstsein pusht. Auf Events wie der Sächsischen Innovationskonferenz kommen alle zusammen. Du bekommst Einblick und lernst das sächsische Innovations-Ökosystem mit den wichtigen Playern kennen. Als ein Highlight stellen ausgewählte Next-Gender ihre Idee in der Next-Gen-Corner öffentlichkeitswirksam vor. Wenn man dafür brennt und das möchte, ist es das Coolste, was man überhaupt machen kann. Werdet Teil der Community und lass dich inspirieren, aus Ideen, Innovationen und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Egal, ob das eine große Idee ist oder eine kleine Idee, es gibt die Leute, es gibt die Netzwerke, die jungen Gründern wirklich dabei helfen können. Also einfach machen. Mit Future Sachs Unternehmertum und Innovation Made in Saxony in die Welt hinaustragen.